jo viel spaß mit einem neuen video denkt dran das sind nur die freispiel ausschnitte manchmal sind halt auch gewinne dabei aber der rest im hintergrund müsst ihr euch halt denken also da laufen viele kisten einfach nur runter und man bucht und bucht und bucht und verbucht seine zeit und sein geld ich denke mal davon lasst ihr euch hoffentlich nicht blenden viel spaß mit dem video tschau was ein bild ey 67 spins in dem gemacht ich kann hier leider nicht filmen aber mal schauen wir mal auf was kommt gerade eben gab es 5 pferde und dann hat er natürlich direkt danach die freispiele gegeben ich glaube beim zweiten spiel auch gleich mal verlängert aber es weiß gar nichts habt ihr ja gerade gesehen nicht mal ein pferd dahinter gesetzt damit es ein paar euro gibt und jetzt nur 10 reguläre plus 3 mal schwert nach vorne 2 nur kleingeld naja 1 2 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 Nicht viel, aber egal. Oh, jetzt aber. 2x4, sehr schön. Ja, aber das geht 2x4 ist gleich irgendwie eine ganze. Wenigstens etwas. Eben, aber noch eins. Erstmal noch eins hinten rein. Schön wärs. Ist sogar gekommen. Aber keine weiteren. Leider nicht. Vielleicht kommt jetzt nochmal eins. Nein. Nein. Na ja, immerhin. 80 sind schon raus hier. So, Scheinsteiger und Schwerter. Leider kein drittes. 50 hat er wohl schon runter gespielt. Letztes Spiel hat er für mich angegeben. Das war gut. Na jetzt, guck mal. Ach, da war doch schon eins. Guck mal, so 2-3 Stück auf einmal. Aber nur 50 Cent zahlen. 40 nix. 60 geht da gar nicht rein. 80 auch nicht. 1€ hab ich nicht lang gespielt. War mir immer noch zu teuer. Dann kommt noch ein Schwert. Krasse Sonne. Hey, Probe ist jetzt immer auf 60. Leider, scheiß was kommt. So, nach der Pause. Die 80 haben mich rausgelassen. Er ist dann noch unten gespielt. Ziemlich schnell. 12€ auf 1. Seht ihr. Nicht weiter gebucht. Gerade. Das Schwert war da. Die kam gerade. Wenn er jetzt hier jetzt rein macht. Ah. Aber gut. Es gibt ein paar mal 4. Das ist sehr gut. Im letzten Spiel. Das ist sehr, sehr gut. Oh. Naja. Das kommt. Das kommt. Naja. Leider nicht. Und letztes. Könnte aber nicht die Runde sein, dass er da hinten ran rein warten würde. Aber viele Schwerte gibt da. Da prob' ich auf jeden Fall alles raus. Komm. Boah. Nix, Alter. Geld raus. Alles mitnehmen. Verlängerung mit 1,50. Geil. In der ersten Runde. 20 Freispiele mit einer Verlängerung. Mit 40. Gar nichts. 80. Zwei Mal. Keine Verlängerung. Es ist 1,50. Ebenmal hin. Ebenmal hin. Hier haben wir Ringkäfer. Fehlmal hin, mal eine Verlängerung. Ja, nix, wiederholt. Komm schon. Das ist gut. Noch 10 Spiele, oh jetzt nicht viel. Kommt halt nix. Keine 2 mehr, ganz heftig. Mal gucken was raus. Schuss mal sowieso nicht runter. So, das ist nicht viel. Und nix. Oder? Ne. Naja, nein. Weiter. Nix. 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 Das war der erste. Schade. Das war uns schon aber. Bis zum nächsten Mal.